Lu Yang, Artist of the Year 2022, lädt ein in das Doku Experience Center hier im Palais Populair und lädt ein, seine digitalen Avatare namens Doku kennenzulernen. Lu Yang ist in Shanghai geboren. Lu Yang lebt dort auch heute noch. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir das Oeuvre von Lu Yang hier präsentieren können, auch mit Doku The Self, dem ersten narrativen Video, das in Venedig dieses Jahr auf der Biennale seine Premiere gefeiert hat. Doku kommt vom japanischen buddhistischen Ausdruck Dokusho Dokushi, das heißt alleine sterben und alleine geboren werden. Doku Human ist die Blaupause für alle anderen Dokus, der menschliche Doku. Dann gibt es Doku Heaven, der in einer fantastischen, surrealen Naturwelt sich bewegt. Dann haben wir Doku Asura, das ist der Kämpfer, der mit den Göttern konkurriert. Der Hungry Ghost ist ein immer eifersüchtiger, immer hungriger Geist. Doku Animal nicht zu vergessen, die tierische Version, also das Doku in einer Tiervariante. Das Tier hat im Buddhismus auch eine Seele, kommt aber aus dem Kreislauf des Fressens und Gefressenwerdens nicht hinaus. Und dann haben wir Doku Hell. Doku Hell bewegt sich in der Hölle und hat seine eigene Welt, die sehr an Dantes Inferno erinnert. Jede der Welten hat ein eigenes Narrativ und eigene Attribute für jeden der Avatare. Dieses Hinter-sich-Lassen des binären Konzepts und Auflösen des Selbst ist ein zutiefst buddhistisches Konzept. Und das sehen wir hier auch in Doku the Self, wo sich Doku's Self auflöst in kristallinen Strukturen. Und das folgt eigentlich sehr wortwörtlich dem Diamantsutra des Mahayana-Buddhismus. Und das ist der Weg, den Lu Yang vorschlägt, mit Ängsten umzugehen und einen Ausweg eigentlich zu finden, aus dem doch sehr oftmals herausfordernden Hier und Jetzt. Lu Yangs Produktionsprozess ist extrem aufwendig und zutiefst in der realen Welt verankert. Alles, was wir hier sehen, wurde von realen Menschen aufgeführt quasi. Also es sind TänzerInnen, die dahinter stehen, die tanzen, gefilmt werden. Mit dem Motion Capture-Verfahren werden Daten erstellt. Diese Daten werden wiederum in CGI-Grafiken umgesetzt und dann in diesen Computer-Animationen, Filmen zusammengeschnitten. Mit dem Deutsche Bank Artist of the Year Programm versuchen wir den KünstlerInnen einen neuen, einen weiteren Schritt in ihrer Karriere zu eröffnen. Bei Lu Yang ist es uns geglückt, hier ihr erstes narratives Video zu zeigen. Und wir haben ihr ermöglicht, ein neues Video zu produzieren, was hier Weltpremiere hat, Doku The Mindmatrix, in dem Doku als K-Pop-Band auftaucht. Lu Yang bringt avancierteste Medien, digitale Technologie, Pop Art, Manga, K-Pop zusammen mit fernöstlicher Spiritualität und Philosophie und kreiert daraus ein unglaubliches Metaverse, in dem wir sie einladen einzutauchen und die vielen Welten von Lu Yang kennenzulernen. Lu Yang Untertitelung des ZDF, 2020